Zurück bei Megaman11 geht es heute weiter mit Bounceman. Bounce, Bounce. So, Bounceman wurde, glaube ich, von den ganzen Robotmastern als letztes announced. Und das finde ich jetzt gerade sehr Komisch, aber praktisch erlebt immer auch. Ach, okay. Jetzt weiß ich, was er von mir wollte. Jawohl. Oh, ist ein lustiges Level. Gefällt mir schon mal. Ey. Na komm, und jetzt steigert er mich nach vorne. Bam. Geile Idee. So. Das finde ich geil. Das ist mal eine richtig lustige Idee. Und steigert er mich rüber. So. Und rüber da. Ich brauche das Leben jetzt nicht. So, komm. Danke. Ja. Hallo. Ach ja, dieses Spiel ist einfach wunderschön. Okay. Und du hast einfach da. Kannst du rein? Oh. for해 die. das das ich losst. Oh. Und hoch da. Ach komm. Ach komm. Ernsthaft? Ich glaub ich nehm da gleich Rush, ey. Ha. Geschafft. So. Komm her, rüber da. Und Rush. Oh. Oh. Das ist ein Witz. Das gibt's nicht. Wie komm ich denn aus dem weg? Oh, geschafft. Weißt du, gibt's hier noch Energie? Hatte ich doch recht. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ja komm. Okay, machen wir halt so. Ich hätte es nicht gedacht, dass er mich nach hinten schleudert. Oh. Danke für die Energie. Danke. 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 Danke für die Energie. Wow. Haha. Danke. Danke. Ach, verdammt. Oh, nein. Da oben ist ein Energietank. Hier muss man einfach nur B gedrückt halten. Ähm. Danke. So, und hier. Oh, puh. Das ist echt, das ist, äh, es ist tricky. Es ist nervig, aber auch, es ist tricky. Und hier ist schon wieder ein Frosch. Wie! Ja! Ja! Hey Na komm Und rüber Das war knapp Ich bin auf die Kante Okay, ich kann unten lang Oder aber Ich kann oben lang Die sind ja sowas von nervig Ne, ich gehe da hoch Ich glaube nicht, dass da irgendwas ist Das Level ist wirklich Da muss ich erst runterspringen Ja komm So Oh, danke Jawohl Ah, ich schraube nicht mehr mit Ich schraube nicht mehr mit Das ist alles immer Okay Ah Komm Ich habe es geschafft Ohne diese blöden Dinger Und jetzt kommt Bounce Man Das wird jetzt wieder nett Bounce Man Ohne diese blöden Dinger Ich brauche dringend einen Energiecontainer Und Ja, der ist reingeflogen Das war Roboter Nr. 5 Kann ich jetzt höher springen Bounceball Bounceball Alter, wie geil ist das denn Boah Boah Aha Ich kann mit nach oben schießen Kann ich das mit allen Waffen Äh 280 280 Damit können wir gar nichts kaufen Außer das hier Ja komm, holen wir uns das Dann würde ich sagen Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen Sag bis zum nächsten Mal Und ich bin euer Torhaut rein Tschütschü Tschütschü Bis zum nächsten Mal.